So Freunde, es ist schon wieder Donnerstag und das bedeutet The Championship Challenge gegen den NASA-PC. Ich bin sehr gespannt, zwei wirklich gute Mannschaften und wie genau die aussehen, das zeige ich euch jetzt. Ich bin Max, schön, dass ihr mit am Start seid. Folgt mir gerne mal auf Instagram, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich blende das Ganze mal hier ein. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt, ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und damit ist genug gequatscht und wir gehen rein ins Video. Und wie immer gibt es kurz die Erklärung, was ist der NASA-PC eigentlich, damit wir uns alle richtig verstehen. Es ist ein Tool von Svenno und Lennart aus dem Gamechanger-Podcast. Unbedingt reinhören, lohnt sich auf jeden Fall, dass das statistisch gesehen punktbeste Team des jeweiligen Wochenendes herausrechnen soll anhand einer Vielzahl von Faktoren. Wir wollen das herausfordern, schlagen, hat gut geklappt in den letzten Wochen. Wobei die letzten ein, zwei Wochen waren gar nicht mal so gut und deswegen soll es dieses Wochenende besser werden. Ich zeige euch erstmal die Mannschaft vom NASA-PC, dann gibt es mein Team ein bisschen ausführlicher und dann gibt es die Updates aus der privaten Liga. Der NASA-PC geht rein, wie letzte Woche schon, im 4-3-3 und wie letzte Woche auch mit Marcel Schuhen im Tor. Also ein kleiner Dauerbrenner aktuell gegen Bayern überragend, 165, letzte Woche gegen Bochum, so lala. Bin sehr gespannt, was er dann an diesem Wochenende zustande bringt gegen den ersten FSV Mainz 05. Dann die Viererkette und wir starten mit Alejandro Grimaldo, wahrscheinlich der beste Linksverteidiger aktuell in der Bundesliga, auch in der App. 193 Punkte jetzt zu Hause gegen Union, das macht absolut Sinn, den mitzunehmen. Und dann kommt schon der nächste Leverkusen und das ist einer, den würde ich aktuell jedem von euch empfehlen. Und zwar Piero Hincarp hier, wird sehr wahrscheinlich einspringen für Tabsoba, der sich an der Hand verletzt hat, muss da operiert werden. 4,5 Millionen ist natürlich komplett geschenkt, die Punkteschnitte von den anderen Verteidigern, haben wir gestern schon besprochen, irgendwie 140 Tabs, 120 Tabsoba, 108 Kosunu. Also da sehen wir mal, was da drin ist und wie gesagt, für den Preis ein absoluter No-Brainer an diesem Wochenende. Dann haben wir den ersten Bochumer und das ist Kevin Schlotterbeck, der sich ganz gut reingefuchst hat in den letzten Wochen. 122 Punkte gegen Mainz, da war ja noch das Eigentor dabei, dank dem Treffer eben den grünen Balken. 86 Punkte gegen Darmstadt war ganz okay, jetzt zu Hause gegen Köln 6,2 Millionen, auch das ist, finde ich, ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und der letzte ist tatsächlich aus demselben Match-Up und heißt Timo Hübers. Also die Kölner, wie gesagt, zu Gast in Bochum, Köln bis jetzt wirklich schwach, Hübers einer der Lichtblicke. 76 Punkte im Schnitt bisher, die letzten drei Partien waren alle wirklich in Ordnung, ich verweise mal auf das Leipzig-Spiel. 87 Punkte, trotz einer 6-0-Klatsche, das ist schon wirklich stark. Ja, weiß nicht, ob ich den aufgestellt hätte, aber ja, durchaus auch nachzuvollziehen, sagen wir es mal so. Dann haben wir ein Dreier-Mittelfeld und da gehen wir tatsächlich, oder da geht der NASA-PC mit einem Darmstädter. Und zwar mit Marvin Mehlhem, 73 Punkte im Schnitt, 9,5 Millionen, auch das kann ich nicht so wahnsinnig nachvollziehen, weil die letzten vier Partien waren alle wirklich super schwach, punktetechnisch. 44 gegen Augsburg war das höchste der Gefühle. Und klar, ich verstehe den Ansatz, jetzt geht es gegen Mainz, aber die haben sich offensichtlich gefangen nach dem Trainerwechsel. Ich glaube nicht, dass die da als klarer Außenseiter in die Partie gehen, deswegen, ja, weiß ich nicht. 9 Millionen oder 9,5 Millionen finde ich dazu noch relativ teuer, hätte ich persönlich jetzt so nicht aufgestellt. Und dann haben wir zwei Bayern, einmal natürlich Leroy Sané, müssen wir nicht viel zu sagen, und der zweite ist Konrad Leimer, der ja gesetzt sein sollte auf der 6, spätestens nach der roten Karte von Joshua Kimmich, die er ja immer noch abzusitzen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen hat Konny Leimer da freie Fahrt, die letzten Wochen waren ganz okay, zweimal in Folge grün gepunktet, und auch das ist absolut nachvollziehbar. Und dann ist ja eigentlich nur die Frage, wer spielt oder wer steht neben Victor Boniface und Harry Kane und der NASA-PC. Er hat sich tatsächlich für einen Stürmer entschieden, der aktuell wirklich komplett on fire ist. Und das ist der Oma Mamouche, der kommt immer besser in Fahrt bei den Frankfurtern, Zuletzt wieder doppelt getroffen gegen Union Berlin, doppelt getroffen gegen Dortmund, getroffen gegen Hoffenheim. Also fünf Treffer in den letzten drei Partien, 13,7 Millionen, super Preis-Leistungsverhältnis. Und es geht ran beim SV Werder Bremen, die sind eine Wundertüte, da ist alles drin. Ja, mit ein ganz bisschen Risiko verbunden, weil man bei der Eintracht nicht so genau weiß, was kommt am Ende des Tages dann dabei rum, aber grundsätzlich auch das, ja, logischer Herangehensweise. Also ein ganz gutes Team, jetzt kommt meine Mannschaft. Wir setzen das Ganze zurück und gehen natürlich, so wie sich das gehört, in der Championship im 3-4-3 ran. Und ich habe erst überlegt, was mache ich im Kasten. Ich habe geschwankt zwischen zwei Torhütern, einmal Frederik Rönneau, weil die spielen gegen Leverkusen, der wird viel auf die Kiste bekommen, der hat gestern in der Champions League richtig gut gehalten. Ich habe mich dann aber doch für die altbewährte Taktik entschieden und gehe mit, ich meine, Kevin heißt er, ne? Kevin Müller von Heidenheim im Tor, habe mich da einfach an der Partie von Marcel Schuhn orientiert, beim letzten Aufsteiger, der sich da in München versucht hat, 165 Punkte gemacht bei einem 8 zu 0. Von daher, der wird extrem viel auf die Kiste bekommen, wahrscheinlich auch den ein oder anderen kassieren, aber eben sich auch auszeichnen können und deswegen für 8,8 Millionen knapp, habe ich gedacht, muss ich den mal mitnehmen an diesem Wochenende. Dann haben wir eine Dreierkette und auch wir gehen natürlich mit Piero Hincapie, wäre ja völlig hirnlos, wenn ich euch den empfehlen würde und selber nicht aufstellen würde. Aus den genannten Gründen muss ich nicht mehr allzu viel zu sagen und dann habe auch ich tatsächlich jemanden aus dem Bochum Matchup, aber nicht Schlatterbeck, sondern Bernardo. Ich bin sehr gespannt, ob er innen spielen wird, in der Dreierkette oder wie der über die Schiene kommen wird, als linker Wingback, weil das hat er gegen Darmstadt am letzten Wochenende wirklich gut gemacht, davor schon wirklich robbed, 50 Punkte gegen Mainz, entspricht niemals der Leistung, die er da erbracht hat. Also da war, ob da irgendwie völlig lost, auch da hätte es meines Erachtens mal mindestens 80, 90 Punkte sein müssen. Gegen Köln zu Hause wird wieder einiges nach vorne gehen, die Fans werden da im Rücken sein, 10 Millionen für Bernardo, finde ich aktuell wirklich in Ordnung. Und ich persönlich sehe den auch stärker als einen Kevin Schlatterbeck, deswegen habe ich mich für den entschieden. Und dann gehen wir mit Joachim Mehle. Ich glaube, den hatte ich schon letzte Woche, hat da ordentlich gepunktet gegen Bremen, jetzt geht es auswärts ran gegen Gladbach, das ist immer recht schwer, weil Gladbach auswärts wirklich schrottig ist, zu Hause aber einiges aufs Feld gezaubert bekommt. Trotzdem sind die Wölfe wirklich ganz gut drauf. Joachim Mehle hat sich wirklich gemacht, steht bei 91 Punkten im Schnitt. Und irgendwie habe ich da ein ganz gutes Gefühl, dass da offensiv irgendwie was zustande kommt, vielleicht nochmal eine Vorlage oder ein Tor. Aber so eine Bauchentscheidung irgendwie. Aber ich glaube irgendwie, dass die Wölfe da in Gladbach bestehen und Mehle dann unterm Strich ganz gut punkten wird. Und dann habe ich zwei Bayern-Spieler und den ersten habt ihr schon auf dem Thumb gesehen und das ist Serge Gnabry. Ich habe es jetzt schon öfter erwähnt, der kam wirklich in der Vergangenheit relativ häufig sehr, sehr gut zurück nach Verletzungen. Er wurde gestern in der Champions League eingewechselt. Ich bin mir sicher, dass Thomas Tuchel auch Kräfte sparen möchte und Gnabry schon ganz gute Chancen hat, in die Startelf zu rutschen. Deswegen habe ich den mal mitgenommen. Steht bei 70 Punkten im Schnitt. Das ist natürlich alles andere als das, was man erwartet. Hat aber auch nur drei Spiele gemacht bisher. Von daher, wenn wir mal schauen, hier zum Beispiel letztes Jahr hinten raus war das wirklich auch sehr, sehr stark. Deswegen gegen Heidenheim ist da definitiv punktetechnisch was drin. Deswegen, ja, ich gehe das Risiko ein und nehme Serge Gnabry einfach mal mit. Und spätestens nach der Verletzung von Jamal Musiala sollte auch geklärt sein, dass Thomas Müller von Beginn an spielt gegen Heidenheim. Und jetzt haben wir einfach zwei Bayern-Spieler in der Startelf wahrscheinlich, hoffentlich, für ungefähr denselben Marktwert von Musiala, von Sané, von Kane. Deswegen habe ich mich gegen Sané entschieden. Und für Müller und Gnabry, zwei Bayern-Spieler, hoffe, dass die mir das danken. Müller auf der 10, ja, nach Einwechslung, glaube ich, gegen Darmstadt auch irgendwie noch, ja, Tor und zwei Vorlagen gemacht. Ich erhoffe mir einfach Ähnliches da gegen Heidenheim. Deswegen habe ich da Thomas Müller mitgenommen. Und dann müssen wir natürlich noch einen Leverkusener mitnehmen gegen Union. Ich habe mich für Florian Wirz entschieden, einfach aus dem Grund, weil der einfach aktuell vielleicht in der besten Form seines Lebens ist. Punktetechnisch unfassbar gut drauf. 170. Hofmann, nochmal ein bisschen besser vom Punkteschnitt, aber ich weiß nicht. Das war eine Bauchentscheidung. Ich hätte auch Hofmann nehmen können. Hätte, glaube ich, vom Budget auch noch gerade so gepasst. Aber irgendwie vom Gefühl her habe ich Florian Wirz und mein ärgster Konkurrent in meiner privaten Gruppe hat Jonas Hofmann. Und deswegen, ja, habe ich mich da für Florian Wirz entschieden. Und der letzte im Mittelfeld kommt nochmal aus Wolfsburg und heißt Kevin Parides. Und ich weiß nicht, irgendwie spielt er aktuell sehr, sehr befreit auf. Ups, ich glaube einmal eingewechselt, einmal von Beginn an in den letzten Wochen. Muss selber kurz schauen. Ne, zweimal von Beginn an gegen Augsburg und gegen Bremen. Gegen Bremen sogar getroffen, sollte gegen Gladbach von Beginn an spielen. Vier Millionen ist ein klassischer Lückenfüller diese Woche in meinem Team. Aber, ja, ich habe das Gefühl, das könnte sich auszahlen. Mehle und Parides, die beiden im besten Fall im Zusammenspiel. Und dann könnte das schon laufen. Und vorne, wie gesagt, das gleiche wie beim NASA-PC. Wer spielt neben Kane und wer spielt neben Bonnie-Face? Jetzt, ich persönlich habe mich für jemanden entschieden, den ihr vielleicht jetzt gar nicht so auf der Rechnung hattet. Und das ist Ermedin Demirovic. Denn die müssen zu Hause ran gegen die TSG Hoffenheim. Und die sind wirklich arg verletzungsgebeutelt. Also Kadazsabek fällt aus, Sko fällt aus. Dann ist immer noch nicht so ganz klar, was ist mit André Kramaric. Wird er spielen von Beginn an oder nicht? Und ich sehe einfach den Trainereffekt bei den Augsburgern. Demirovic seit dem Spiel gegen Heidenheim nicht mehr getroffen. Er wird allerhöchste Eisenbahn zu Hause gegen Hoffenheim. Warum nicht? 20 Millionen, ganz schön teuer. Aber irgendwie habe ich bei dem dieses Wochenende einfach ein ganz gutes Gefühl. 103 Punkte im Schnitt. Ja, weiß nicht. Ich habe den einfach mal mitgenommen. Ich habe jetzt noch 1,9 Millionen übrig. Aber könnte mir gut vorstellen, dass es mit dieser Mannschaft am Wochenende wirklich ordentlich scheppern könnte. Und es wieder reicht, um den NASA-PC zu finden. Dann ein Update aus der privaten Liga noch hinten raus. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Der Markt ist relativ leergefegt. Ich habe mir Vandenberg geholt für das Spiel gegen Darmstadt. Vielleicht packe ich echt mal Honorar raus oder Schlager wieder raus. Mal schauen. Knauf hätte ich auch noch gegen Bremen. Also es wird eine relativ spontane Geschichte, auch was die Pressemitteilungen noch so ergeben jetzt in den kommenden Tagen. Ja, bin mittlerweile wirklich arg abgeschlagen hinter dem ersten. Ja, muss irgendwie was reißen. Bin mal gespannt, ob das klappt an diesem Wochenende. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr mit Vandenberg, mit Knauf, Busch hätte ich noch. Den werde ich aber verkaufen und so weiter machen würdet. Würde mich mal interessieren. Honorarschlager. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, sind wir dann auch durch für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ihr habt euch was abgeschaut. Und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische beim Rotationskarussell. Bis dahin macht es gut. Tschüss. Tschüss.